hallöchen leute ich als euch recht herzlich willkommen zu einer neuen folge resident evil revelations wo wir heute erstmal normal in der kampagne weitermachen wo wir in episode 11 stehen geblieben sind und je nachdem wie lange die mission geht noch etwas zum raubzug modus resident evil revelations oh mein gott nein und ich bin der scheißer Und dann noch der gigantische Wal. Das war ja wohl die Krönung. Dieser gottverdammte Wal. Episode 11. Offenbarungen. Sie können auch ausreichen, wenn Sie ihn anladen. Ja, das lese ich nicht zum ersten Mal. Vor einem Jahr, Terra Grigia. Hi. Weren wir in hell? Yes. Yes. Sie nennen es Terra Grigia. Hm. Wer sind wir? Wenig Munition und ich muss zum Kommando-Raum vordringen. Das ist ja fabelhaft. Oh nein, bitte nicht. Flashbacks. Warum haben wir... Warum haben wir nur so wenig Munition? Wo ist meine Munition? Aber natürlich, natürlich benutzen wir erstmal Aufzüge. Das ist Jessica. Die hatte sich dann aber ganz schön verändert. Ja. Ja. Der Boss hat gegründet für eine expansion von FBC's Purview. Das ist nur das Kind der Verkaufstelle er hat sich über den Welt zu bemerken. Und das Incident will bringe die Crisis zu der Limeläte. Ja. Das ist gut PR, wirklich. Ja. Vielleicht wird die internationale Community bemerken. Die Messe. Hm. Oh, nein. Was zur Hölle. Ich hätte gerne mehr Munition. Dann würde ich helfen. Hallo? Okay. Okay, also wir haben neue Pistolen-Munition. So viel dazu. Aber, äh, wichtige Munition haben wir noch nicht. Ich hasse die Pistole in diesem Spielen. Die Pistolen sind immer ziemlich unnütz. Reih, Mensch. Mein Gott. Ich komme hoch. Na, das wird verdammt nervig. Regroup! Oh, mein Gott. Das wird nicht gut. Das wird nicht gut. Ja, die sind so ein Ding. Lass mich mal lesen. Und wer war, was steht hier in der Zeitung? Hey, mein Freund. Artikel aus dem Daily Courier. London Daily Courier. Die Tragödie in Terra Grigia. Von der Dantello Lusaci. Eine Bestie kriegt nach Europa, um dort das Licht der Welt zu erblicken. Und der Name der Bestie ist Federal Bioterrorisman Commission. Das Bemerkenswerte an dieser Bestie ist, dass das Federal Species Protection Committee, aus dem sie hervorging, an und für sich einen ganz, gänzlich anderen Charakter hatte. Und den USA im Kampf gegen Bioterrorismus beistehen sollte. Doch leider sorgte ein tragisches Ereignis in Europa dafür, dass die Bestie erwachte und nun nicht mehr ruhen zu wollen scheint. Die FPC übt inzwischen die alleinige und vollkommene Kontrolle über das von dem Biogefährdungsstörfall heimgesuchte Terra Grigia aus. Dies bedeutet, dass andere Staaten faktisch vom Krisenmanagement ausgeschlossen sind. Terra Grigia ist eine Stadt auf dem Wasser und wurde ursprünglich gemeinsam von US-amerikanischen und europäischen Teams entwickelt, um alternative Energien zu erforschen. Mit der Entwicklung der Stadt sollten gleichzeitig zwei Ziele verfolgt werden. Den Europäern lag daran, den Klimawandel aufzuhalten. Den Amerikanern ging es vornehmlich um die Erforschung neuer Energiequellen für den afrikanischen Kontinent. Diesem Doppelziel wurde durch die strategische Lokalisierung des Projekts im Mittelmeer entsprechend Rechnung getragen. Auch in puncto Verwaltung zeigte sich der kooperative Ansatz. Europa und die USA teilten sich die Verwaltungsaufgaben partnerschaftlich, sodass einige von Terra Grigia als einem Paradebeispiel für Zusammenarbeit über den Atlantik hinweg sprachen. Der Terroranschlag auf Terra Grigia hat all diesem nun ein Ende bereitet. Den Bedingungen des Abkommens über die Verwaltung Terra Grigias zufolge besitzen die USA und Europa im Falle einer terroristischen Attacke generell die gleichen Befugnisse. Lediglich in Fällen von Bioterrorismus übernimmt die FBC die alleinige Führungsrolle. Die FBC wurde explizit zur Bekämpfung des Bioterrorismus geschaffen. Sie verfügt über ein Team von Elite-Soldaten, das sich in permanenter Alarmbereitschaft befindet. An diesem Maßstab gemessen genießt sie die größten Privilegien aller Organisationen in Europa. In Krisenfällen ist sie durch die USA zur Übernahme der Pfählsgewalt befugt. Dies erklärt, wie die FBC die Kontrolle über das Krisenmanagement in Terra Grigia erhalten konnte. FBC-Commissioner Morgan Lansdale kündigte an, dass man keine Einmischungen durch die EU während der Krise dulden werde. Europäische Regierungen übten Druck auf Lansdale auf, doch ihre Rechte zu berücksichtigen und rangen ihm das Zugeständnis ab, die BSAA, eine renommierte international agierende Zivilorganisation, unter der Führung von Commander Cleve R. O'Brien hinzuzuziehen. Das Problem, obwohl O'Brien selbst Bioterrorismus-Experte ist, arbeitete er praktisch ohne unterstützendes Personal, was seine Heilungsfähigkeit deutlich einschränkt. Die Tragödie nimmt weiterhin ihren Lauf. Und doch scheint sich die FBC nicht im Klaren zu sein über das ganze Ausmaß des Leids in Terra Grigia. Es bleibt abzuwarten, ob Lansdale in der Lage ist, dem Angriff entgegenzutreten, ohne dabei zu einer... zu... eine Bestie wie Jits zu werden. Oh mein Gott. Ähm, Kumpel, wir müssen hier noch in die Schränke gucken. Äh, ich hoffe, du, äh... Du bist ja nicht halt so schwer verletzt, das, äh, das hältst du schon aus, richtig? Ich kann nicht nachkämpfen. Das heißt, ich hab nur die gottverdammte Pistole, die ich nicht mag. Und wenigstens haben wir weiter Munition dafür. Okay, so. Natürlich gibt's mehr! Nein! Das ist ein Punkt, mein Freund. Das ist einer. Weg! So! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Was haben wir hier drin? Außer mehr Blut. Nichts Interessantes. Da hinten sehe ich was, was mein Interesse weckt. Ähm. Lass mich mal kurz gucken. Nicht gut. Du verlierst Blut. Es ist zu gefährlich. Du musst den Medien im ersten Tag nehmen. Ähm. Da hast du wahrscheinlich recht mit. Komm mit, mein Freund. Wir sollten hier okay sein. Oh Mann. Wir rennen jetzt in den vierten... ...Stock. ...Tonic Red besorgen. MG Munition. Das ist noch zu wenig Munition. Um ehrlich zu sein. Das ist noch zu wenig Munition. Wo ist die Kommandozentrale? Wo? Und insgesamt. Was zur Hölle? Was steht hier? Charter der FBC. Die Federal Beauty... Bla 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 bla. Ich glaube nämlich, das hatten wir schon gelesen. Hm. Sorry. Aber. Wenn ich denke, dass wir das schon mal gelesen haben, dann lese ich sowas nicht nochmal vor. Das erscheint mir etwas unnütz. Ich hoffe, du seht hier genauso. Das ist heute. Ähm. Wo müssen wir hin? Wo zur Hölle müssen wir hin? Hm. Als ob du da so viel besser wärst. Als ob du da so viel besser wärst. Auf ins Treppenhaus. Wir müssen nach oben, richtig? Stirb! Warum geben wir ihm nicht einfach grünes Kraut und die Sache ist geritzt? Äh. Ja, aber ich will gucken, was... Ich will gucken, was hier oben ist. Ein Killer? Ist das dein Ernst? Er kann mich onehitten. Das ist onehitted. Ich hätte doch einfach zum vierten Floor gehen sollen. Nein. Gut. Lasst uns gehen. Erneut. Ich meine, es ist ja nicht so, als hätten wir irgendwas vor. Nein? Gut. Wir haben nichts vor. Alles wird gut. Alles wird gut. Und wir werden die Gottverdammten Hunter hier raushauen. Er wird schon. Weiß noch nicht wie, aber das wird. Das wird. Quatsch. Quatsch. Was haben wir hier? Hier kamen wir her. Richtig. Okay. Lass mich zum Treppenhaus. Go, 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 Parker. Los. Jump. Wo geht's lang? Zeigst du's mir nochmal? Nein? Okay. Okay. Was ist hier unten? Sieht nicht so aus, als würde ich da hindurch gehen. Du bist ne Blitzbirne, weißt du das? Okay. Hunter. Weg mit dir, du elendes Vieh. Du Ratte. Evacuation Order. Ja, das hab ich mitbekommen, aber... Wir können doch nicht einfach... Öffne die Tür. Sonst ist hier nichts. Pistole in Munition, das ist schon mal gut. Artikel aus dem... Zweiter Artikel aus dem Daily Courier. London Daily Courier. Wer befiehlt den General? Von Donatello Luzzaci. Ist er eine geheime, gewissvolle Gestalt, die die Fäden im Hintergrund zieht? Oder ein Held im Kampf gegen den Büro-Terrorismus? Jeder, der General Morgan Lenzdale sprechen hört, ist sofort von seiner Intelligenz und seinem scharfen Verstand eingenommen. Dieses Charisma, das seine Zuhörer verzaubert, hat ihm während seiner Zeit in der Welt der Spionage jahrelang große Dienste geleistet. Er hat es ihm geschafft, dem Kongress einen Freibrief zu entlocken, mit dem er Bioterroristen verfolgen kann. Und das bringt uns zum heutigen Tag. Lenzdale steht nicht nur an der Spitze der FBC, sondern führt auch das Federal Species Protections Committee. Er weigert sich, diese Position aufzugeben. Lenzdale schuf die FBC, um Bioterrorismus zu bekämpfen. Die FBC spielt international in den Bereichen öffentliche Sicherheit und Tierschutz. Dank Lenzdale eine große Rolle. Doch eine Frage bleibt. Ist er ein Held oder ein Monster? Das wird sich zeigen. Okay. Okay, das war alles. Hm, ansonsten ist hier nichts. Oh Gott. Unterstützungsfeuer! Weg! Wir haben beide getroffen. Nice. Nice. Okay, okay, okay. Ähm, weitere MG-Munitionen. Die werden wir brauchen. Lad mal vollständig voll. Da sind einfach 60 Schuss drin. Und ein Paket gibt 30. Torning Credit aufgenommen. Was zur Hölle? Raymond verarzt. Raymond verarzten. Wirklich? Das ist unsere Quest. Wir verarzten den Kadetten. Meinetwegen. Wir beeilen uns. Wir beeilen uns. Wir beeilen uns. Wir beeilen uns. Das bin ich fürs Erste. Weiter, äh, die Pistole benutzen. Ich würde mir das MG, äh, für, äh, größere Ansammlungen aufheben. Wenn's möglich ist. Also. Wenn wir nicht nur Einzelne bekämpfen, dann hätte ich's gerne einsatzbereit. Kurze Feuerstöße. Nicht einfach sinnlos durchdrücken. Okay. Gehen wir. Moment. Wir müssen wieder hier durch. Das wird eine Qual. Das. Grenade! Throwing Flashbang. Oder auch nicht. War das eine Flashbang? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Raymond. Oh. Das sind noch mehr. Was zur Hölle? Weg. 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 So. Komm her. Komm her, du Lüden. Weg. Jetzt haben wir auch schon wieder keine Munition mehr. Er ist sehr fabelhaft. Er ist ja fabelhaft. Zeit mal. Ja. Hmm. Willkommen in der realen Welt. Oh, mein Gott. Oh, Mann. Zum Kommando-Raum. Ich weiß nicht, ob das so die beste Idee ist. Aber hey. Wer bin ich schon? Mehr Munition. Die werden wir brauchen. Wir haben da... Oh, das war genug Munition. Okay, wir haben zwei Magazine für unser Maschinengewehrchen. Und zweieinhalb für unsere Pistole. Ja. Ja. In der Tat. Oh. Nein. Ihr sollt es auch untersuchen. Du Hohlkopf. Danke für die Munition, aber ich brauche noch mehr. Ähm. Hier zu überleben, brauche ich noch mehr Munition. Äh. Gib mir noch mehr. Und da hat ein Schuss in meinem, äh, Maschinengewehr. Ähm. Okay. Kadett! Mitkommt! Go, 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 go! Nur nicht den Kopf verlieren. Wir haben maximales... Maximale Munition fürs Maschinengewehr. Reload! Nachladen! Ne, ich wiederhole. Nachladen! Okay, nochmal 30 Schuss. Sollte eine Weile vorhalten müssen. Wieso kann ich nur so wenig MG-Munition mitnehmen? Es nützt mir ein Schnellfeuergewehr, wenn ich in einer Minute meine gesamte Reserve leerballer. Hä? Was nützt einem das? Ja, richtig. Nichts. Ich kann nicht mehr mit MG-Munition tragen. Aber ich wünschte, ich könnte. Ich wünschte, ich könnte. Warum nicht? Ähm... Na, was sagt man, dass hier noch was passieren wird? Ich weiß nicht genau, was mir das sagt. Ah, irgendwas. Raymond Escort hier. RELOAD! RELOAD! Back! weg mit euch weg mit euch schnell Munition waren das alle okay zum Gordolraum alles klar was das Hallo Lensdale wirklich Gordolraum und die Daten auf deine Mutation will serve a venerable purpose Hi Ja da alles gehört ja Du kannst es tun, wie du kannst. Die benutze der Satellite wurde verabschiedet. Der Virus neue wird komplett verabschiedet. Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Yes! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Er ist nicht gestorben. Er ist nicht gestorben. Er ist nicht gestorben. Was? Oh nein. Ähm. Ihr seid vom Schiff runter und die sind noch drauf. Ja. Hm. 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 Oh Mann! Oh Mann! Hm. 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 Welches? Geht's jetzt da hin? Oder wie? Geht's jetzt da hin? Oh Mann! Das wird ein glattes A. Das wird ein glattes A. Das wird ein glattes A. nicht weiter, oder? Da will ich doch wohl mal stark meinen. Äh. Wir überschreiben Episode 10, würde ich behaupten. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es weitergeht mit Resident Evil Revelations. Hau rein, bis da!